Yo, hey Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Video und zwar geht es um das Gewinnspiel. Der Mirko Schwarz hatte ja Zeit, sich bis zum Dienstag, dem 29. November, bei mir zu melden. 14 Uhr, jetzt ist mittlerweile schon der 2. Dezember, also schon ein paar Tage drüber. Deshalb wird der jetzt natürlich komplett vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Das heißt, ich tue diese Zelle einfach mal löschen, als hätte er nie am Gewinnspiel teilgenommen. Und die Teilnehmer, die lasse ich nochmal neu hochzählen. Da haben wir dann theoretisch 32 Stück, genau. Hier an der Stelle auch. Und die Chance erhöht sich, minimal zu gewinnen, ja. Also eine Zahl zwischen 1 und 32 wird jetzt dieses Mal gewinnen. Das bedeutet, ich muss jetzt erst mal wieder das Programm dafür öffnen, den Zufallsgenerator, der sich bei den Dokumenten befindet. Ja, für so ein Video brauchen wir ja keine Facecam machen, da ist ja nichts Besonderes dabei. Wir haben hier ein Zornasapier-Gewinnspiel, genau. Also eine Zahl zwischen 1 und 32, wie ich es schon gesagt hatte. Das bedeutet, ich schreibe jetzt hier oben rein, es sind 32 Leute, die an dem Gewinnspiel natürlich daran teilgenommen haben. Und eine Zahl von 32 wird ausgespuckt werden, indem ich auf diesen Knopf hier drücke. Der Gewinner ist die Nummer 6. Die Nummer 6 ist der Tim Muth. Ah, den kenne ich. Ja, der hat jetzt gewonnen und der hat auch eine Woche Zeit, um sich bei mir zu melden. Das ist seine E-Mail-Adresse. Ich werde dann zur Überprüfung noch einmal seine Kontaktdaten abfragen, weil da kann ja jetzt jeder kommen und mich adden und sagen, ey, ich bin der Tim. Da frage ich aber nochmal nach, wie alt bist du, aus welchem Bundesland kommst du und so weiter und so fort. Diese Daten, um dann wirklich zu prüfen, ob es denn echt der Tim ist. Und der hat jetzt Zeit bis zum nächsten Freitag. Das bedeutet, der hat Zeit bis zum 9. Dezember und zwar, sage ich mal, ja, 14 Uhr, ne? 9. Dezember, 14 Uhr. Er müsste mir noch sagen, ob er entweder die 10 Euro direkt auf sein Konto will, ob er das als PaySafe-Card möchte oder ob ich das ihm bei Paypal geben soll. Genau, das wäre so das Anliegen meinerseits gewesen. Erst einmal herzlichen Glückwunsch an ihn und ich hoffe, er meldet sich dann bei mir auf dem Teamspeak oder bei Skype. Morgen ist ja, oder Quatsch, heute 18 Uhr ist ja dann auch ein Livestream wiederum auf YouTube und da müsste dann einfach mal geschaut werden, ob, ja, dass er mir dann zumindest schon mal mitteilt, wie er es denn haben möchte. Er hat sich ja dann bei mir gemeldet. Das heißt, ich werde dann vielleicht nicht direkt zur Tankstelle rennen, wenn er eine PSC will, aber ich kann das natürlich dann einrichten. Also, ja, selber muss ich mir da keinen Stress machen und ich merke auch gerade, dass die Farben hier am Ende nicht ganz stimmen. Ähm, was aber auch nicht so schlimm ist, weil ich die Farbe jetzt gerade eh nicht weiß, welche das war. Ja, das ist zu hell, zu dunkel. Das muss irgendwie so eine Schickimicki-Farbe gewesen sein. Ähm, bei den Standardfarben ist er aber auch nicht mit dabei. Ja, ist ja auch im Prinzip total egal, welche Farbe das jetzt hier hat. Ähm, eigentlich ist der einzige Fehler hier, dass das nicht markiert ist. Ähm, das ist die Farbe da oben, okay. Gut, das ist so, dann machen wir das mal schnell noch. Ähm, natürlich eine Schrift. Ja, schön, ähm, Geheimhaltungsverfahren manchmal schön gescheitert. Ne, das schneide ich raus. Äh, meine Fresse, welche Farbe ist denn das? Warum man hier auch nicht einfach... Das ist ja nicht mal eine Standardfarbe, ne? Das ist sie nicht. Das ist zu ohne. Das ist zu hell. Gut, muss man... Muss man nicht so ganz checken. Auf jeden Fall haben wir hier eh das Gelbe. Und dann auch bei den anderen Sachen das Gelbe. Und das darunter müsste wieder blau... Ach, das ist allgemein hier ein bisschen kaputt gegangen. Ähm, das muss ich ja immer abwechseln. Da haben wir hier blau, dann gelb, dann blau, dann gelb. Dann wieder blau, dann wieder gelb. Also, natürlich durch diese eine Änderung ändert sich jetzt auch, ähm, die Farbgebung von jeder Sache. Ich könnte natürlich auch einfach sagen, ich mach das hier alles rückgängig und tu den Mirko Schwarz einfach durchstreichen. Oder mach den Mirko Schwarz einfach weg. So. Ähm, kein Gewinner. Muss man dann noch weiß machen. So. Schon größer. Und jetzt hat die Nummer 6 gewonnen. Das ist der Tim. So, ich denke mal, so können wir das stehen lassen. Da weiß ich nämlich auch, wenn ich mir das im Nachhinein angucke, ach Mensch, hier, äh, der Mirko Schwarz hat es nicht hinbekommen, sich zu melden. Also von daher ist das so jetzt schlussendlich fertig. Genau, ähm, ich hatte gesagt, er kann sich bis zum Freitag, hoppla, Freitag, na Mensch, Freitag, dem 9. Dezember, 14 Uhr bei mir melden. Und wie gesagt, er sollte mir sagen, ob er denn, ähm, ja, was er haben will. PC oder Paypal oder direkt aufs Konto. Genau, dann würde ich mich mal recht herzlich von euch verabschieden an der Stelle. Bis dahin, tschüss, euer Zardas.